Ab 10. Juni starten die internationalen Leitmessen Techtextil und Textprozess in Frankfurt. 1648 Aussteller aus 56 Ländern zeigen Innovationen für die Zukunft. Die Techtextil ist der Treffpunkt der Branche für technische Textilien und Fließstoffe und das erneut mit einem Ausstelleinkoch. Die Textprozess hat sich auf Anhieb als Leitmesse für die Verarbeitung textiler und flexibler Materialien hier in Frankfurt etabliert. Wir freuen uns auf spannende Messetage. Bis zum nächsten Mal.